Giorgio Rivetti wollte einen Wein zum Verlieben voller Anziehungskraft schaffen. Den Wein nannte er Il Nero di Casanova. Die Trauben dafür kommen aus der Maremma, der Küstenregion der Toskana. Der Il Nero ist da ein Sangiovese mit etwas Colorino. Ein fleischiger, saftiger und eleganter Wein mit viel Kraft, schöner Frucht und zarter Würze. Wie es sich für einen echten Casanova gehört, verfügt der Wein natürlich auch über einen verführerischen Charme. Wer kann da schon widerstehen?